Kickern und Connecten. Das ist der Karriere-Kick MG. Schüler und Ausbilder sollen an einem Tisch zusammenkommen, gemeinsam kickern, Spaß haben und dann ganz entspannt über mögliche Ausbildungs- und Karrierewege sprechen. Damit man schneller ins Gespräch kommt, tauschen die Schüler und Ausbilder ihre Trikots. Wie bei Visitenkarten weiß man so direkt, mit wem man es zu tun hat und kann auf den Papiertrikots wichtige Informationen sammeln über Unternehmen und Schüler. Viele Schülerinnen und Schüler haben hier die Chance genutzt, mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen, die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zu besprechen oder einfach nur Kontakte zu machen, die nach der Schulzeit sehr viel wert sein können. Daher ist jeder beim Karriere-Kick MG ein Gewinner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017